Ey Marcel, sag mal, wie haben wir uns eigentlich noch mal kennengelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, du meinst, als du in Hamburg warst? Ja, als ich in Hamburg war. Wir kennen uns eigentlich schon relativ lange. War relativ witzig sogar. Ich weiß nicht, kennst du den Kiez? Ja. Ich mein jetzt Willenkind. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Bad Wars. Wir haben heute einen Gast bei uns, den Biberhirn HD. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach einem Cut wieder. Ja gut, so, dann sind wir in der Runde Bad Wars. Nimmst du auch auf, Biberhirn? Nö. Okay. Seinen Kanal findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, falls ihr ihn sympathisch findet. Da meint er gleich. Dieses Geräusch, die im Cut stößt du oft? Ja, immer. Echt? Kannst du mal machen, sofort stöhnen willst. Nö. Nee, aber ich fänd das cool. Ich glaub, die Zuschauer fänden das auch cool, wenn du jetzt einmal stöhnen würdest. Ja, ich kann das aber nicht. Mach mal so. Ich kann das nicht gut, aber du kannst bestimmt besser als ich. Ja, Marcel kann das so sehr gut. So. Gut, ja. Gut, mein Internet war grad weg. Schleck noch. Läuft bei mir. Dein, was? Dein Internet war grad weg für zwei Sekunden. Das ist blöd. Mensch, Biberhirn, rede doch ein bisschen mit uns. Okay. Okay. Und sprich mal ein bisschen lauter. Biss mit mehr. Durch, durch, durch. Okay. Etwas energischer. Etwas mehr mit Elan in der Stimme. Okay. Du brauchst eine aufrechte Körperhaltung und die muss ich auch auf deine Stimme übertragen. Genau. Übrigens sind die anderen Teams schon in der Mitte, ne? Einer will schon direkt zu uns. Ich hab... Ich hab... Warte, ich... Oh. Der macht ja echt einfach alles. Warte, Marcel, ich hab ein Schwert für dich gemacht, wenn du zurückkommst. Ja, nö. Ich bin jetzt eh tot. So, jetzt bin ich im Sport. Also ich hab ein Schwert für dich hier unten, ne? Oh, scheiße, da kommt einer. Da kommt einer. Ich dropp dir hier hinten schnell das Schwert. Yo, yo, yo. Fuck, 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 fuck. Okay. Oh. So, warte, hier ist dein Schwert. Danke dir. Hast du noch Eis und dann kauf mal eine Kiste bitte, oder so? Ich kann... Ich kann noch Kiste kaufen. Ich hab eine Kiste. Verpiss dich, ich hab eine Kiste. Ja, ja, ich hab noch ein Schwert. Dann leg ich da grad mal ein bisschen was rein. Hast du auch Gold? So, ich geh jetzt mal schnell in die Mitte mit meinem Schwert. Okay. Ihr könnt ja mal Rüstung und so kaufen. Das wär voll fresh. Fresh, fresh, excited. Hey, gut, liebe Herren, erzähl doch mal. Ähm, wie alt bist du? 13. Okay, das heißt ich jetzt mal unkommentierter stehen. Warum weißt du? Ähm, scheiße, ich bin tot. Äh, ja gut. Und, was machst du so? Gehst du noch zur Schule, oder machst du eine Ausbildung, oder? Gymnasium. Ich geh jetzt... Gymnasium. Ich mach Gymnasium, Alter. Ich mach Gymnasium. Ich mach... Okay, sehr schön. In welcher Klasse bist du? Dente. Dente, okay. Wissen deine Klassen immer, dass du YouTube machst, oder? Ja. Ja, okay. Und wie stehen die dazu? Unterstützen die dich dabei? Klar. Sehr schön. So muss es sein. Hm. 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 Ach, du musst... Ah, ne. Ja, ne, ne. Ich komm schon. Ich bin ein Gegner. Ich hab... So... Bogen... Und Pfeil... Ne Spitzhacke wär gar nicht mal so blöd. Das wär... Sehr schön ne Spitzhacke, ne. So. Machst du auch mal Spitzhacken, oder? Ja. Ich hab noch ganz viele Sachen, die spitzen sind. Ich mach mir auch mal welche. Oder kommt einer? Äh, das ist natürlich... Und der ist tot. Habt ihr das Bett eingebaut? Ne, haben wir nicht. Hast du gesehen, wie... Das sollten wir mal machen, ne? Wir konnten das Bett... Äh, bau das mit Kisten zu. Das ist voll geil. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh. Schön, solchen Spasten zuzuhören. Redet der mit uns? Warte. Ich, äh, bin YouTuber. Pass auf, was du sagst. Warte. At all. Ich, äh, mach ein Minecraft Let's Play. Er glaubt mir doch nicht. Wie Bronk. Machst du auch Minecraft Let's Play, wie wir hören? Ja. Sehr schön. So muss es sein. Marcel, hast du noch ein Eisen oder so? Für mich, dann kann ich mir das Bett... Das Betterell schwert. Oh mein Gott, wir können uns... Oh, ich mach mir nen Bogen. Ich mach mir nen Bogen. Ja, bitteschön. Da brauchst du gar nichts mehr zu sagen, oder? Das würde kein YouTuber sagen. Das ist blöd, ne? Das ist, äh... Eigentlich ist ja jeder YouTuber, der einen YouTube-Kanal hat, oder? Jetzt feierlich. Nein! Ich bin runtergefallen. Only Marcel, du voll wie. Ah, fucky. Ja, scheiße. Warum? Nein, ich hab nichts gegen Downy. Ähm. Ich hab nochmal viel Gold. Das ist ja awesome. Wie die jemand? Das ist ja richtig Rüdiger. Das ist ja richtig Rüdiger. Dann mach ich mir jetzt einfach die guten Sachen für mich und ihr bekommt den direkt, oder? Machen wir das so? Ja, sehr gerne. Ja, das ist ein Deal. Nicht. Piss dich. Stirb. So. Okay. Ähm. Trotzdem mach ich mir jetzt mal einen Bogen. War... Mach ich mir einfach mal den versiegen. Für ein Schwert? Eisen hab ich nicht. Ich hab alles, äh, in die Kiste gelegt, glaub ich. So. Okay. Ich hab schon ein Schwert. So. Also ich hab jetzt, äh... Ich hab Schwert, Bogen, Pfeil, dann mach ich mir noch eine Spitze. Dann bin ich eigentlich voll ausgerüstet. Ähm. Joa. Ich muss mir jetzt nur noch... Übrigens voll geil, wenn ihr immer so ein bisschen doppelt Sachen macht und die in die Kiste legt. Damit, falls man stimmt, einen Gegner herkommt, damit man halt... Relativ schnell wieder... Ich will alles cry-hackern hat. Ja. Ja. So. Ja gut, äh, Biber, erzähl mal. Und ähm, bei dir zu Hause in der Familie, wie sieht's da aus? Alles fresh? Eltern geschieden. Machen wir bitte. Was ist? Verwandt. Geschieden. Geschwister. Hä? 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 Ähm, Biber. Wie heißt... Wie hast du eigentlich mit Vornamen? Ich will dich eigentlich nie... Ich mag das eigentlich nie so Leute, Biber zu nennen oder so. Ich denke, wir machen Justin Bieber. Da heißt du Bieber mit Nachnamen. Ja, ja, klar, klar, klar. Was... was macht der denn da? Easy. Im Team Grün wurde vernichtet. Ach, das war der letzte. Oh, cool. Der dachte sich jetzt auch nur noch Jule, ne? Ey, lass mal grad auch durchgehen. Okay, ähm. Lieber, wie heißt du denn mit Vornamen? Vincent. Vincent, okay. Ah, stimmt. Stehe so bei deinem Skype-Namen und so, ne? Eben. Oh, nice shot. Okay. Oh, ich hab ihn... Ich hab ihn in der Cross-Map getroffen. Ich hab ihn auch voll geil getroffen vorher, Alter, ey. Das war voll der freshest Skillshot. Ja, lass einfach rüber, die haben nichts. Lass rüber laufen. Ja, dann komm, lass rüber gehen, ja. Mach mal. Warte, ich schieß den von hier aus. Nicht, dass er dich runterkickt, das wär voll... okay. Alter, wie gut ich auch mal mit Fallen und Bogen bin. Voll nice. Ach, und da oben ist einer? Ich glaub, der hat einen Bogen. Ja. Nein! Fuck! Du bist ein Depp, Depp, Depp. Ich komm wieder zurück, ich lasse jetzt nicht rein rein. Ich wusste, ich hätte nicht sprengen dürfen. Oh, scheiße. Gelb ist bei uns in der Mitte. Jo, ich komme. Bei uns in der Mitte, ne? Gelb ist halt... Oh, den schieß ich jetzt ab. Der soll seine Sachen verlieren. Verlieh deine Sachen. Verlieh... Ey, lauf doch nicht vor mich, du... Biber, du... Ich hol lieber hin. Du Biber, du... Du Biber, du... Ja, nein, jetzt hat mich einfach einer so gekriegt. Gut, ich bin auch tot. Da hat mich jetzt einer von hinten erwischt. Oh, nein. Ist richtig schön von hinten. Magst du das auch mal von hinten? Vincent? Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Ja. Exzellent. Dann hast du was... Mag das nicht auch. Ich wollte grad sagen. Hast du was mit uns gemeinsam? Ja. So. Hm. Ja, ne, erzähl mal. Ähm. Wie läuft's... Wie läuft's so mit der Liebe bei dir? Immer gut. Auch gut, oder? Ja, klar. Echt? Okay, das ist doch sehr schön. Hast du ne Freundin? Nö. Dann läuft's ja richtig. Was? Ich hab dich... Ich hab dich eben nicht verstanden. Er meinte, nö. Ach so. Na, das ist nicht so gut. Soll ich dir helfen? Ich kenn mich da ein bisschen aus. Marcel ist der Frauenhofreißer 3000? I'm over 9000, mein Freund. Nein. Das sollte... Kennst du nicht den, ähm... Sperminator 3000 oder so'n Scheiß? Sperminator doch. Ja, warte. Oh komm, jetzt... Sag nicht, du kennst den nicht. Doch, ich kenn ihn. Ich hab doch grad gesagt, doch. Den kenn ich. Ähm. Sehr schön, dann kann ich wieder den besten Bogen kaufen. Ähm. Joa. Kommt grad einer zu uns oder so? Ich seh da was aus dem Auge. Ne, das ist ehrlich. Ich, ähm, ich schieß grad auf Gelb, aber irgendwie... Aber irgendwie? Die haben nicht wirklich viel. Spricht mit mir. Also beide Teams sind nicht wirklich gut ausgerüstet. Der Babo drüben. Der Babo. Der Babo. Der Babo mit Doppel-O. Okay. Hammergeil. Okay, ich hab acht Gold, ne? Ey Marcel. Ja? Sag mal, wir haben uns eigentlich noch mal kennengelernt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so. Du meinst, als du in Hamburg warst? Ja. Als ich in Hamburg war. Ne, ne, nicht hochkommen. Wir kennen uns eigentlich schon relativ lange. War relativ witzig sogar. Ich weiß nicht, kennst du den Kiez? Ja. Ach so. Ich mein jetzt Vincent. Ich dachte mir so, warum fragt er mich das denn damals noch kennengelernt, ne? Nein, nein, Vincent. Weißt du, was der Hamburger Kiez ist? Ne. Das ist so ne, so ne Party. Du beißt das Netz ab. Party-Lust-Meile für... Warte, ich geb dir mal Bogen. Der Kiez ist einfach das geilste Overnight-Found. Hier, bitte. Bogen und dich hol mir bei. So, ja auf jeden Fall, ähm, Kiez ist halt so ne Party-Lust-Meile in Hamburg. Und äh, Dominik und ich waren halt zufällig im gleichen Schuppen. Wir sagen jetzt mal nicht was für Schuppen. Ja, ich wollte nämlich auch grad sagen, dass ich jetzt nicht darauf eingehe, welcher das war. Okay. Außerdem muss man das nicht wissen, weil wir da relativ oft sind sogar. Ja, das stimmt. Wenn ich... Je, du... Ich wuss grad nach, weil diese Schicht ist so lustig. Egal, ähm, also immer wenn ich jeden Monat in Hamburg bin, ich feiere einmal im Monat nach Hamburg, da treffen wir uns da immer. Okay. Immer am Sonntag. Oh. Bin ich! Das Ding ist, ich wusste damals gar nicht, dass er YouTube macht. Das hat mich auch gar nicht interessiert eigentlich. Jetzt wüsste ich damals bei dir auch nicht. Ja, ich hab auch erst später angefangen. Ach du, was ist das für ein Scheiß, Mongo? Ja, aber ich glaub, das ist auch nicht das erste Mal. Team Grün ist raus. Schön, dass du da in die Richtung läufst. Äh, dann nicht, weil eigentlich nur noch aus Team... Ich würde das Gold, was oben liegt. Achso. Ja, Team Rot ist überhaupt nicht raus. Team Grün? Nein. Achso. Wollen wir Team... Wollen wir Babo? Ja, Team Rot... Lass die erstmal immer abschießen, wenn die hier rüber laufen. Ich hab die jetzt immer ein paar Mal gekehlt, damit die halt irgendwie so alle Sachen verdienen. Hast du das Eisenschwert schon? Äh, ja, nein, hab ich nicht. Oh, ich hab eine Cross Map, ich hab eine Cross Map getötet. Komm, 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 komm. Okay, ich komm ja schon ganz ruhig, mein Lieber. Weil der eine da oben, der hat immer noch Fall und Bogen, ne? Ja, ich springe aber nicht. Einen von uns abschießen. Ja, ich lebe. Ich bin da. Warte. Den hab ich auch. Lass uns weiter nach oben. Sollten wir die beide am Spawnpunkt killen, oder? Ja, komm. Du killst die am Spawnpunkt, ich geh in ihr Bett rein. Jo, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Hast du eine gute Spitze? Achtung, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Ich brauche mal deine Hilfe. Du fisstest die bitte einfach jetzt. Ich will schnell an ihr Bett. Nein, der hat mich, der hat mich, der hat mich, der mit dem Eisenschwert. Scheiße, aber ich hab gleich ihr Bett, ich hab gleich ihr Bett, ich hab gleich ihr Bett. Ja, wenn es kommt, passt. Läuft bei uns. So, der ist auch tot. Jetzt krieg ich den Rest von denen. Sorry Marcel, ich muss jetzt einfach schnell das Bett fissen. Alles gut. Okay. So, jetzt hab ich noch vier Gold von denen. Und da unten bei denen ist, glaub ich, auch noch irgendwo einer, ne? Alter, ja, 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 komm. Dich fissen wir auch noch. Gibt's keinen mehr. Scheiße, der hat... Alter, der hat mich Two-Shot gemacht. Was für ein Drecksgänger, ey. Touché. Touché. Der hatte auch ein Eisenschwert, ey. Diese scheiß Eisenschwert, die kotzt mich so an. Ja, sollte verboten werden, oder? Echt mal. Sollte es das nicht geben, oder? Richtig scheiße, ey. Oh, ne, jetzt haben wir wieder nur Crap in der Kiste. Nein, ich hab... Da, da, da. Da, da. Hä? Liegt, da hast du doch in... Hast du doch in Mementama. Aber ich hab kein Gold für ein Schwert. Warte. Bitteschön. Oh, ich hör mal die gute Brustplatte. Ja, bitteschön. Äh, ich meinte... Da liegt ein Eisenschwert hinter dir. Ja gut, ich hätte aber ganz gerne noch ein Bogen. Yo, ich hab auch zwei Bögen gemacht, mein Freund. Oh, das ist aber sexy von dir. I'm too sexy for my shirt. So, bitteschön. Liegt da. Touché. Oh, schreit da rum, Alter. Sorry. So. Und, äh, wie wir hier in AC, ähm... Was? Du hast uns... Warte mal. Wir haben dich ja jetzt ein paar Fragen gefragt und du hast uns ein paar, glaub ich, noch gar nicht beantwortet, oder? Welche? Ähm, ich hatte zum Beispiel gefragt, ob du mal... Ähm, hattest du schon mal ne Freundin? Ja. Wie lange hat das gehalten? Wie hieß sie? Halbes Jahr. Wie hieß sie? Kevin? Ich sag jetzt lieber nicht. Okay. Warum? Vorname ist ja... Falls meine Freunde deine Folge sehen, die kennen die nur leider alle. Was? Hä? Olivia Jones, oder was? Deine Freundin. Wenn meine Freunde dein Video schauen. Warum kennen die denn alle deine Freundin? Ist das so ne... Das soll jetzt nicht böse gemeint sein, wenn das... Nein. Das sag ich jetzt einfach mal nicht. Nein, ist es nicht. Keiner verannig. Ey, was ist es nicht? Ja, das hast du genau aus. Was sagtest du denn, was ich sagen wollte? Ja, was nicht so gut ist. Hieß sie zufällig Olivia Jones? Ja. Ich bin mit Olivia Jones zusammen. Du nicht, Marcel? Nee. Nein. Hieß voll gut. Nein. Nein. Nein, Spaß. Meine Ex-Freundin hieß zum Beispiel Kevin. Ah, das glaube ich. Kevin. Ist das nicht ein Jungen? Oh. Äh. Einen Jungen-Name, ne? Ist es doch, oder? Ja, ja. Okay. Weil ich glaube, ich weiß, was ich mache. Nein. Gold holen. Oh. Gib mir... Ey, ich will das gute Gold für nen guten Bogen. Nein, ich will ne Ender-Perle werfen und dann die von hinten wegsnacken. Oh. Lass mal ne... Kannst du ne Ender-Chess bei euch hinbauen? Hä? Jetzt sind doch alle raus. Da ist doch nur noch Team Gelb. Die haben kein Bett mehr. Ey komm, lass doch einfach YOLO mäßig auf die drauf. Ja, die töten uns die ganze Zeit. Ja, die töten uns die ganze Zeit. Ach so. Ja, ich habe auch nen Bogen. Aber nen ziemlich schlechten. Ach, 13 Gold kostet ne Ender-Perle. Das ist ziemlich viel, ne? Hier steht ne Ender-Kiste bei uns. Ja gut, ich packe eine Ender-Kiste in die Mitte. So, jetzt habe ich 11 Gold schon mal. Kannst du das komplett... Ich hab... Wie lange hielt das eigentlich bei euch mit der Beziehung? Äh, halbes Jahr. Dominik! Oh! Okay. Und warum ist es auseinander gegangen? Dominik, hier liegt ne Ender-Chess, ne? Links davon. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Links von der Tür. Links, wenn du rausgehst direkt. Ich wollte die jetzt nicht hier in die Mitte legen direkt. Hä? Was für ne Ender-Chess? Komm mal mit. Hier. Ach, hier. Ja gut. Dann pack ich da mal das Gold rein. Gut, dann mache ich mir jetzt ne Ender-Perle und ne Eisenscher. Wir haben 19 Gold in der Ender-Kiste. Ja und? Interessiert mich nicht. Stirb. Du brauchst 13 davon. Ich weiß. Gut. Ohne Scheiße, ich will einfach YOLO-mäßig auf dich raufrennen. Ich hab keinen Bock auf diese... Ja, ich bin bei dir. Ich bin bei den! Oh, das ist aber nett. Pass auf, wir machen jetzt den hier. Das ist eigentlich voll scheiße. Sollen wir auf die raufrennen? Oh, jetzt werde ich angestupst. Okay. Ähm, warte. Ich geh mal kurz auf einen anderen TS. Ähm, weil wir hatten gerade ein kleines Problem mit Sugar. Ah, das war das? Okay. Ja, ja, wir wurden angestimmt. Warte, wir machen... Komm, die Runde machen wir noch schnell zu Ende. Ich snack die da weg und dann geht das schon. Das dauert nicht lang, mein Freund. Das dauert nicht lang. Der ist schon weg. Ah, Dominik ist schon weg. Ja. Marcel, du sollst dem Crunk auf Skype antworten, weil er jetzt da ist. Ach so, ja. Okay, mach das mal. Ähm. Ja. Ja, gut gemacht. Nein! Eins. Und eins. Und eins. Ihr seid schon da drüben. Zwei. Sieg! Oh, wir haben schon gewonnen. Das ist ja... Ja, ich habe jetzt eine Ender-Chess geworfen. Oh Mann. Ich wollte eigentlich noch... Ich bin halt der härteste Ficker. Ja. Dominik stinkt! Ach so, ich darf keine festste Tasse benutzen. Oh. Ja, gut. Dann würde ich sagen, äh... Beenden wir die Aufnahme hier. Ich glaube, Dominik ist schon wieder auf einem anderen Teamspeak. Ne, Dominik ist noch da. Dann arbeitet... Hey, kommt's richtig! Bis heute nächste Mal, Leute. Tschüss! Toodaloo!